Hallo alle zusammen. Einmal eine Tanki, bevor sie zusammengeschweißt ist, damit ihr einfach mal hört, wie die sich anhören vorher schon. Bei strahlendem Sonnenschein, ich weiß nicht, ob man es so lange hört, die klingt immer noch nach. Andere Seite. Ja, das ist dann der Gongschlacht zum Jahresende. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Ciao!